Der komische Nexus, so ne Geräusche? Ne, immer wenn die Wave completed ist, kommt so ein komisches Blinggeräusch. Du bist psychisch krank Fabio, du bist psychisch krank. Ja, dann kommt grad irgendwie so ein komisches Geräusch. Ja, das ist immer wenn ne Dingster abgeschlossen ist. Nein, Fabio ist psychisch krank. Also die nächsten kriegt dann Sascha oder Tim oder... Keine Ahnung, wer die von euch bekommt. Ok. Wie viel von diesen Riftflugs brauch ich mal um ein Schwert dazu, Dingsten? Drei. Ich glaub nur drei. Ich glaube nur zwei. Ne, drei. Fürs Schwert braucht man drei. Ja, warte, ich guck mal. Ich hab geguckt, fürs Schwert braucht man drei. Ich hab's ja rausgenommen. Ja, drei, drei links davon und für den Bogen braucht man fünf. Für die Fallen braucht man drei. Ich glaub ich mach zuerst den Bogen. Sollen wir die denn? Mein Schwert ist verzaubert. Wo wollen wir dann auch so ein Schwert? Also ne, ne, was heißt auch? Ich mach zuerst das Schwert, weil mein Bogen verzaubert. Ey, hier ist ne Spinner drin! Alter! Da, da ist ein Golem. Wo? Da hinten. Ah, er ist tot. Wo? Da hinten. Das tun wir in der Erinnerung. Für die Fallen und so brauchen wir ja Eisen und Lavaeimer und sowas alles. Lol, der hat unsere, unsere Bohr kaputt gemacht, jetzt läuft die Lava raus. Shit. An der Seite hier bei uns. Ja, wir haben die Mauer in das Lava gefüllt, by the way. Ja, also so hier, so ein bisschen Creme Füllung, ne? Ah, Creme Füllung. Ey, was ist das da? Ey, da kommt so ein Zombie Pigman, der hat keinen Körper bei mir. Ja? Hat der einen Körper bei euch? Das ist einfach der Kopf und ein Schwert. Oder was? Das sind einfach nur Köpfe mit Schwertern. Hier bei mir. Wo? Hier wird auch ein Block. Hier, ich bin hier. Guck. Ja, ich bin auch hier. Hinter dir. Bei mir bist du nicht da. Ich bin hier. Ey, was? Nein, ich bin hier. Rechts von dir. Du bist nicht da bei mir. Hallo, Sascha. Siehst du mich? Nein, du bist nicht da. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, du bist nicht. Ey, hier sind jetzt Teile ohne Köpfe, Alter. Pickman oder... Bei mir? Ja, bei mir. Da haben wir aber auch keinen Fall. Ja, siehst du? Wo sind denn hier Teile ohne Köpfe? Doch, die haben wirklich keine Köpfe. Ne, die haben Köpfe, aber keine Körper. Hä, ist das mal ganz dritten Fall, bitte? Irgendwo hin. Ich bin hier grad runtergesprungen. Ich war direkt neben dir. Tim steht unten. Neben mir. Tim steht direkt neben mir. Jetzt nicht. Weil bei mir nicht. Machen wir einen Relog. Bei mir ist... Tim ist... Alter! Creeper hat unser Verteidigung gesprochen. Oh nein. Hallo, Tim. Oh nein. Interessant ist, dass ich kommt wieder. Was? Oh nein, Tim. Also ich kann gar nichts dafür, ja. Genau so, also wirklich. Also wirklich, Tim. Wie kannst du nur? Oh, was ist das jetzt passiert? Alter, Spinni! Schützt mich! Glaube, Spinni. Ja, man sieht... Oh, Alter, was für ein Riesenloch, ey. Ah, da hat fast sogar... Wir haben uns vergessen, Materialien zu geben, damit wir die Boca parieren können. Ist's egal, Mann. Ist's egal, Mann. Lass uns das nächste Mal eben Adventure-Modus machen. Ist viel geiler. Alter, mich erschreckt, Ding. Aber wir brauchen noch Eisen und so für die Feilen. Sascha hier. So. Alter. Die Zombies halt jetzt schon ziemlich viel aus, Mann. Ja, wer sonst tun, Mann. A group of mobs has gathered. Das ist richtig gut, dass sie so langsam sind. Ja, Mann. Das verschafft uns voll viel Zeit. Wo sind die Mob-Gruppe? Da hinten ist ein Schwein. So. Verdammt. So, wieder. Ein Zombies wie ne Goldrüstung. Das Schwein hat grad den einen Kaktus abgebaut. Alter! Alter. Was denn? Wieso ist denn der Fall da auf einmal weggegangen? Achso. Wie ist denn Lava gefallen oder was? Nein! Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich hab nicht aufgehört zu brennen. Ich hab nicht aufgehört zu brennen. Ich hab nicht aufgehört zu brennen. Ja, nice. Gut. Challenge accepted. Ja, der macht wirklich so'n Geräusch. Das ist irgendwie so'n komisches Grummeln oder so. Ja. Und ich sterb jetzt wieder. Super. Ich hab dein Exus Hunger. Ja. Glaube ich auch. Da Fabio holt sich mal wieder die ganzen Dinkastast, die hier unten liegen. Ich leugne das aber nicht so wie du. Oh. 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 Nein, nein, nein. Oh nein. Oh nein. Scheiß jetzt auf den Scheißblock hier. War ich nicht. Also Fabio, wie kannst du nur? Oh. Viele Mobs. Alter. Viele Mobs. Aua. Das Skelett. Autsch. Das Spinn hat ein Ei gelegt. Ih, Baby, ich bin. Baby, ich bin. Langsame Baby, ich bin. Oh, sind die süß. Oh, sind die süß, dass sie vernichten. Alter. War das jetzt euer Cripper hier? Ja. Ja, aber der hat dieselbe Stelle in die Luft gesprengt. Also einfach nur noch größer gemacht. Das ist so dramatisch. Außerdem hat er einfach die Schweinebrücke zerstört. Also war das schon mal ganz gut. Also ich habe jetzt wieder keinen verzauerten Bogen und so. Oh. So. Geht auch an diesen komischen Dingern habe ich jetzt, wo ich mir so ein Ding machen kann und so. Sieben. Okay. Ich habe mir das nächste Riftflux rausgenommen, ja? Das nächste kriegt dann wieder ich, oder? Nein. Noch Sascha, aber komm ich. Okay. Oh, da kommt Spinnis, Spinnis. Der blaue Spinne wieder. Alter, sie springt! Alter, da kommt ein dicker, ist ein dicker. Da ist ein dicker Zombie. Alter, wie die Spinne aufhängt. Oh, was wäre hier oben? Alter, der Spider, Spider. Alter, man, mit dem scheiß Bogen hier ist das voll kacke, Mann. Ich brauche jetzt einfach anstatt ein Pfeil so drei oder so. Ich mache mir jetzt mein Schwert. Ich laufe ein bisschen außen rum hier und guck mal, was ich hier so fand ich. Hallo? So geht's doch. Das ist ein Creeper hier. Also, ich kann mir keinen Infusedsort machen. Oder liegt es daran, dass er schon Schaden hat? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Sehr dumm. Ja, ist dann wahrscheinlich so. Ist ja behindert, alter. Ja, dann gibt er einfach ein neues Tierschwert. Das mache ich jetzt auch. Das ist ja irgendwie kacke, wenn wir uns jetzt... Oh, scheiße. Haben wir uns jetzt halt schlecht vorbereitet. Ja, wir haben den halt noch nie gespielt, ne? Diesen Modus. Diesen Modus. Diesen Modus. Kann sein, dass die Zombies immer schneller werden irgendwie. Ja, ohne das geht's. Könnte auch du sein. Könnte aber auch nicht sein. Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt auch so ein schönes Glitzerschwert hier. Da kommt ein Skelett. Alter. Mann. Der Bogen ist so scheiße schlecht. Alter. Tim. Fabio. Sascha. Mein. Wo bist denn du? Bist du gerade in meiner Kiste? Bist du unsichtbar? Ich dachte ich... Hä? Wieso hast du denn zwei verzauberte Bögen? Konnten wir nicht zwei verzaubern? Ja, wenn ich, dann tu den weg. Ähm, nein, den, den ich hier gerade schon benutzt habe. Ich habe mir so ein, äh, Mikey Bogen gemacht. Hä? Und ich sehe dich. Wie konntest du dir denn zweimal was verzaubern? Du hast bestimmt nicht schon mal Level 30. Nein, nicht verzaubert. So ein Bogen mit... Äh, ja. Scheiß. Fabio, leugne es nicht. Du bist voll der... Der sieht aber ein bisschen anders aus. Rotarfukar. Der sieht verzaubert aus, Fabio. Ach so. Ja, das habe ich mir zwei auf erzaubert. Ich dachte wir können uns alle von jedem Pack sozusagen eine Sache. Nein, einmal am Anfang. Bist du... Ja, dann halt... Bist du behindert? Weiß ich das. Tim, wo bist denn du? Ich bin hier. Wo bist du? Warte ganz kurz. Jetzt sieht man kurz... Nichts. Ah, hallo. Hier, deins. Dann ist du aber gerade nicht. Hier. Hier soll irgendwo eine große, große Mobwelle sein. Hä, was sag ich jetzt mit dem Bogen? Alter. Alter, Alter. Hier. Hey, ich verstehe jetzt nicht. Ich verstehe jetzt nicht deine Logik, Fabio. Der ist ja voll der Krüppel-Urga, Junge. Der ist ja voll die Mist gestört. Hast du gehört? Du siehst scheiße aus. Jetzt holt er gleich, Sascha. Boah, zehn Welten. Alter! Was von... Boah, Alter! Sag mal, die Spinde kann springen, Junge. Sie fahren auch auf einmal raus. Ey, die Spinde hat gebratenes Schweinefleisch droppen lassen. Na sicher. Ganz normal. Standard. Wichser, Fabio. Okay, wir sind jetzt bei Wave 11 gleich. So, ich habe einmal mit diesem krassen Schwert geschlagen, das ist jetzt schon... Orange. Ja? Ja? Ja, dumm. Ja, aber bei mir ist es immer rot geblieben. Und wenn du rechtsklick drückst, dann kannst du dich, glaube ich, überweiten. Loll, was macht die Spinde hier oben? Ach, wenn ich damit keine Monster töte, dann geht es um. Oh, ich hasse dieses Teil. Der Bogen, der Pfeil verschwindet immer, Alter. Ja, das ist ein verkacktes Ding. Also, Fabio, du hast den größten Bullshit gebaut, den man nur bauen kann. Weißt du, dann schieß einen Pfeil rein, bevor du rüber gehst und verlass dich nicht drauf, dass da noch einer drinsteckt, von dem der da als letztes... Hä, ich schieß doch da immer einen rein. Ist du behindert? Fabio, hier oben ist ein Rift Flux für dich noch drin. Man hört übrigens auch nicht auf zu brennen. Sascha hat aufgehört zu brennen. Ich nicht. Fabio, hast du dir das Rift Flux rausgenommen? Nein. Kannst du nehmen, ich habe genug. Okay, danke. Kann man das jetzt wirklich nicht mehr verzaubern, die Sachen, die schon benutzt sind? Ach, schade, geht echt nicht. Dann nehme ich einfach... Dann nehme ich einfach meinen zweiten Bogen. Ich habe ja noch einen zweiten hier drunter. Oh nein. Das kann man auch irgendwie so aufladen oder so. So, hier oben ist gerade wieder so eine Spinne hochgejumpt. Wie lange du den hältst, desto mehr lädst du den auf und dann ist der irgendwie... Searing Bow. Sieht doch heiß aus irgendwie. Guck mal, wenn du den ganz lange auflädst, dann bewegt sich irgendwie dieses Bild unten, dann ist der rot und dann schließt du irgendwie so ein Explosionsfall oder so. Okay. Die Sp Zoo ist voll runtergesprung. Runder, runtergesprung. Runder, wundergesprung. Runder, runtergesprung, runner, hau, taub, taub. Auch da, habe ich es kummern. So, wieder sortieren hier. Irgendwas ist mit meinem Schwert auch komisch, weil es war erst rot und jetzt ist auf einmal wieder grün. Alter, der Paul war einfach ab. spiel das alles noch nicht Ui hier sind viele hier kommt die große Welle glaube ich ne da kann doch nix von wegen große Welle erscheint jetzt am Tor oder so ja diese krasse Welle alter alter passt auf Jungs Geronimo Alter ich hab jetzt ich mich jetzt irgendwie gehalten mit dem Schwert und jetzt hab ich ja jetzt ist es rot ja mein Schwert war auch grad irgendwie keine Ahnung vielleicht heilt es einen und dann verliert es da also dafür kriegt das dann irgendwie Damage und wenn man dann Monster tötet dann wie weift sich das irgendwie wieder also Monster mit dem Schwert nicht einfach so tötet also mach ich 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 prüfe das mal nach das hab ich Damage bekommen über mein Schwert kriegt irgendwie kein Abzug also so ja ich kann grad gar nicht mehr einen Rechtsklick machen und so jetzt hier oben ist noch Rift-Frag für dich dran ja also ja wenn ihr so Löcher im SoulCent seht dann könnt ihr die eher reparieren ja ja so wie lange nehmen wir eigentlich schon auf ein bisschen ne wir können noch ne ja ja läuft boah übermorgen sind wieder ist wieder schwule alter ja 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 wir freuen uns so oh ja spürt ihr diese äh Freude vielleicht habe ich die Reaktion ich bin ein so ein das ist das war so aufgeladener Fall guck mal warte 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 wo aussieht das geht in diesem da muss man auch machen Achja Rift-Frags ich bin ganz vergessen das hab ich ja total vergessen die Sobyshop das hab ich ja total vergessen ach genau von was zum Weißelmeister ja ja ach ja mülder Milchreiß das hab ich ja total vergessen das hab ich ja total vergessen da hab ich ja total drauf vergessen das hab ich ja total drauf vergessen das ist ja total leer hehehe weeee das ist Spinn ganz schön das war auch so ein das ist ein Golem Alter Alter ach boah Psych ich seh den Golem nicht weil er brennt hehehe Aua die Spinn sind voll groß Junge Oh ja, stimmt. Da sind kleine Babyspinnen. Babyspinnen töten. Ja, ich hoffe es. Wave 12. Almost complete. Jetzt kommt gleich noch fette Gruppe, Alter. Tomys kommen mit Cousins, Alter. Oh ja, da. Moida, ey. Hinten nicht zu lassen. Hinten vor Langeweile, Ernst. Nyauuu. Joel Roar is online. Genau. Alter, hier ist ja schon was vom Zauberhaut. Oida. Oh nein, ich bin in die Lava gegangen. Scheiße. Oh mein Gott, ich bin in die Lava gegangen. Wie ist das denn passiert? Okay, kann ich jetzt irgendwie auch hinzubringen? Ich habe es nicht geschafft. Warte, bitte, bitte. Alter Sascha. Ja. Boah, ist das knapp gewesen. Alter, was ist denn das für ein Teil? Alter, was ist denn das für ein fetter Zombie? Ach so, wenn der natürlich die Lava in diesen Knopf schießt und die dann wieder abmacht, indem die da dran vorbeiläuft, dann ist es natürlich auch das. Ja, ich habe da ein Bücherregal zerfört und das läuft. Die blauen Spinnen sind anscheinend irgendwelche Spring-Springen. Das ist voll die Jumper, Alter. Wie krass die Spring-Springen. Alter, wie alt ist denn der? Der altert nicht, der ist schwarz. Ganz genau. Dann kommt wieder so ein fetter Zombie. Alter, wie fett diese Spinne ist, ey. Oh my god. Will jemand vier Rift Flugs? Alter. Äh, ja gerne. Ich nehme auch zwei bitte. Ja, ich mache auch nur zwei. Perfekt. Gott, also eine davon ist irgendwie aus der... Ich mache jetzt auch irgendwie so ein Bogen. Warte, ich... Nee, ich habe da noch einen, oder? Nee, warte, ich habe meinen Bogen wieder nur ganz kurz angelingstet und deswegen... Ach nee, ich habe mich ja re-logged. Der Mod 1. Ich tausche den kurz aus, ja. Oh, klar. Okay, der F13 schon geschafft, fast dran. Äh, ja. Alter, was war das denn gerade? Was denn? Guck dir mal das Feuer da an. Alter. Was? Ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat das der Fall gemacht. Ich hab' auch mal. Boah. Ich hab' einfach hingeschossen, oder ist das irgendwie so explodiert. Du musst den aufladen, so dass das... So rot leuchtet, ja, ja. ...deiner Kopfrader, oder dass der überhaupt rot ist. Also irgendwie extrem angefangen zu brennen. Ist ja krass, ey. Ich weiß nicht, ob das irgendwie war, weil ich so'n Zombie getötet hab, der dann alles... ...gebrannt sitzt oder... Na, du kleine Schnucki? Willst du Pfeil essen? Ja, Mami. Pfeil. Gib mir Viscos. Alter, er kommt schon wieder an mir. Viscos, du Wichser. Ja. Ja, der Zombie ist ziemlich fett. Davon gab's schon einige. Ich hab' ein paar Kapitäne, die kann ich hier wieder aufbauen. Alter, es kommen immer krassere Teile. Ja, ist doch gut so. Vielleicht wird's irgendwann eine Herausforderung, ne? Vielleicht wird's irgendwann eine Herausforderung. Alter, wir halten die denn aus. Und dies ist ja unnormal. Momentan ist es noch nicht so schwer, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, dass die uns in dieser Welt viel schon teilweise überrennen, aber... ...nix da. Lol, das ist ja so ne Jumperspinne, Junge. Ja. Ja, lauf in die Lava. Alter, die ist vielleicht fast in die Lava gelaufen, Mann. Oh, sorry. Das tut mir aber jetzt so leid. Ups. Boom. Wurde geröstete Spinne essen. Nein, leider nicht. Röst. Spinne. Jam, 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 jam.